Ich sitze hier zusammen mit dem Max, denn wir haben uns heute ein Spiel angeguckt, auf das diverse Fans erwarten. Eine mehr oder weniger Fortsetzung einer alterwürdigen Serie eines Aufbauspiels, nämlich Planet Coaster. Jetzt muss man allerdings sagen, dass so richtig viel vom Spiel gab es nichts zu sehen. Was haben wir denn eigentlich gesehen? Eigentlich hat die Präsentation mit einer Animation begonnen, eine Animation eines weiblichen Gastes nämlich, die aber wirklich fantastisch aussah. Und die Entwickler wollen einfach eine Deep Simulation, wie die sagen, entwickeln. Also eine wirklich tiefgreifende Simulation eines Freizeitparkmanagers. Und da spielen die Bedürfnisse des Gastes eine Rolle. Und die sollen nicht nur anhand irgendwie blinkender Icons oder irgendwelchen Symbole ablesbar sein, sondern an den Figuren. Und die Entwickler von Frontier haben richtig viel Zeit und viel Mühe in die Mimik und Gestik der Charaktere investiert. Und das war in der Präsentation relativ verblüffend aus. Ja, das soll auch so ein bisschen so das Interface, also nicht ersetzen, aber ergänzen, also dass man nicht ständig auf Balken gucken muss. Da war zum Beispiel ein Beispiel, das auch in der Animation zu sehen war, war ein sehr schlicht gelaunter, schlecht ausgebildeter Burgerbuden-Mitarbeiter, der da dann völlig gelangweilt rumstand und in den Burger noch selber reingebissen hat, bevor ihm den Kunden gegeben hat. Und völlig schlurfig da rumstand und auch der Kunde, der ging dann völlig geknickt weg und hat sich gefragt, was das denn soll. Also es ist so ein bisschen, das haben auch die Entwickler als Beispiel genannt, so die Pixar-Filme, die Disney-Filme, so sehr überzeichnete Bewegungen, die aber auch extrem gut funktionieren, um eben zu sehen. Sind die Besucher happy? Funktioniert eine Attraktion, wo sie erschreckt werden sollen? Sind sie da erschreckt oder sind sie zu Tode gelangweilt? Das funktioniert ganz gut. Und was sie auch gezeigt haben, was jetzt in diesem Stadion wahrscheinlich für Fans vor allem interessant ist, wie gut so diese KI schon funktioniert, die die Besucher durch den Park schickt. Also da waren auch tatsächlich so, naja, so ein Schaubild war quasi zu sehen, wo man nur so ein Konzept gesehen hat, wie die Besucher-KI da durchgesteuert wird. Also Familien werden da schon dann zusammengehalten und wie Besucherströme dann zu den einzelnen Attraktionen, die sie besonders interessieren, fließen sollen. Also das funktioniert schon alles. Darauf hat sich die Präsentation dann auch so ein bisschen konzentriert. Ja, richtig. Da kann man eigentlich nicht so viel sagen. Also was sie noch erwähnt haben, ist, dass diese Ego-Perspektive aus Theme Park World, dürfte man erkennen, dass man Fahrtraktionen quasi aus der Ego-Perspektive sehen kann und quasi abfahren kann und was man selber geschaffen hat. Und wo die auch sehr viel Arbeit investiert haben. Wir haben mit einem Lead Art Designer gesprochen, der über neun Jahre Erfahrung mit Rollercoaster-Tycoon-Spielen hat. Und er selbst bezeichnet sich als Rollercoaster-Freak. Und die haben halt entsprechende ganzen Vergnügungs-Fahrgeschäfte mit richtig viel Liebe zum Detail auferwecken lassen. Haben uns verschiedene Konzeptstudien gezeigt. Die sahen schon recht ordentlich aus. Und was sie auch betont haben, ist, dass Planet Coaster wird ein Community-Involved-Projekt. Also die Community soll mit einbezogen werden. Es wird wohl eine Early-Access-Phase geben. Darauf hoffe ich zumindest, dass man ein bisschen Einfluss nehmen kann. Zumindest, wir haben ja gefragt, ob sie Early-Access oder Beta irgendwas in der Richtung, weil sie so oft über Community gesprochen haben. Und da war die Aussage, ja definitiv. Also es ist jetzt nicht klar, ob es Early-Access oder eine Beta wird. Aber man soll da auf alle Fälle vorher rein spielen und auch Feedback geben können. Und wie du eben auch schon meintest, dieser Detailgrad der Fahrgeschäfte, da haben sie ja auch die Rollen, wie die angeordnet sind und wie die dann auf den Schienen laufen. Das soll ja alles realistisch sein. Und ich meine, es hat minimalistischen Grafikstil, will ich nicht sagen. Aber jetzt natürlich keine fotorealistischen Texturen. Aber da waren auch so ein paar Nahaufnahmen zu sehen von den Fahrzeugen. Und was da so auch an den Haltegurten oder irgendwelchen Festschnallern, die da drin sind, das war schon extrem detailliert. Richtig. Sie selber, die Entwickler haben auch selber gesagt, die wollen einen Freizeitparkmanager endlich in die nächste Generation hieven quasi. Und sprachen auch mehrfach, wenn ich mich weit entsinne, sie wollen einfach den besten Freizeitparkmanager ever machen. Und es scheint, als könnte ihnen das vorab gelingen. Wie gesagt, Talent haben sie. Und auch die Erfahrung mit den langjährigen Mitarbeitern, die eben auch schon an älteren Rollercoaster-Teikonspielen mitgearbeitet haben. Und obwohl wir eben kein richtiges Gameplay gesehen haben, glaube ich schon, dass sie das hinbekommen. Aber wir müssen erstmal abwarten. Vor 2016 ist jedenfalls nicht mit einem Release von Planet Coaster zu rechnen. Ja, richtig. Ein fundiertes Fazit fällt natürlich schwer, weil wir, wie gesagt, vom Spiel nichts gesehen haben. Aber auf der Basis von dem, was wir gesehen haben, sind wir, glaube ich, einigermaßen guter Dinge, dass da durchaus was draus werden könnte. Insofern, Fans dieses Genres Roller, äh, Planet Coaster, so rum, man will immer noch den alten Namen sagen, Planet Coaster definitiv mal vormerken. Vielen Dank. Vielen Dank.